Das Hotel Free Beach liegt in Montaigne in Sardinien. Das Hotel Free Beach ist beliebt unter den Gästen, 86% empfehlen das Hotel weiter. 17 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 17 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die Sport- und Unterhaltungsangebote werden als sehr gut von den Gästen bewertet. Sie vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Zimmer Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,9 Sonnen bewertet. Lage und Umgebung Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,9 von 6 Sonnen. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Service Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,6 von 6 Sonnen bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.